Herr Walker, steigen Sie trotzdem bitte erstmal ein. Da man ja bekanntlich nur ein Leben hat, bleibt mir ja wohl nichts anderes übrig, wenn ich da so sehe, was sie da gerade aufgefahren haben an Geschützen und an Wäffchen und an Rattentöterröhrchen. Mit welchem Auto möchtest du fahren? Möchtest du mit dem E-Fried fahren oder möchtest du mit dem Off-Roader fahren? Lass mich auf den Off-Roader hinten drauf. Lass mich auf den Off-Roader hinten drauf, bitte. Die schöne Ticke Wumme in der Hand halten, ja. Heute Abend wird sie mit dem Ticke Wumme in der Hand halten. Wie bitte Herr Flumikrust, ich habe Sie gerade nicht verstanden. Können Sie nachher beim Gemach des Herrn Leumann. Können Sie nachher im Gemach des Herrn Leumann. Das werde ich leider verneinen, das werde ich leider verneinen. Also, ich werde garantiert nicht mit ins Gemach nehmen. Ich glaube, da haben Sie nicht viel zu sagen. Tut mir leid. Das ist immer noch eine Zwangsdehe, da entscheidet der Mann. Ja, komm. Walker, einmal aussteigen und in den rechten E-Fried einsteigen. Zu Flumikruste. Ja, Frau Tyrell, sie entziehe ich auch den GPS-Transmitter. Und das, wenn man sie auch nicht tracken kann. So, sie können jetzt zu mir in meine, in meine, in meinen Aufruhr einsteigen. Bleibt mir ja nichts anderes übrig, so wie ich es doch mitkriege. Nein, wie geht es denn, der Arne? Gesundheitlich noch bestens. Alter. Alter. Oh Gott, ich dachte gerade eben, das ist einer deiner Kollegen. Wer? Der schwarz lief dich vor uns. Warum sollte ich meine Kollegen rufen? Ich habe mir alles erzogen. Bereit. Vielleicht war ein Pfeil-Sender in dem Auto. Und die Gruppen an sich so mir anhaltet. Unsere Polizeiautos haben grundsätzlich Pfeil-Sender. Ja, ich weiß. Ja, wissen wir, aber sie haben ja ihren Beifahrer. Da haben wir ja jetzt. Ne, das ist gegen die Regel. Da wir sie aber, äh, da wir ihnen aber den GPS-Tracker weggenommen haben, ne? Äh. Ja. Nice. So, ich dachte, so. So, da können sie die Kollegen uns nicht mehr verfolgen. Und wohin führt uns jetzt unsere Reise? Das war eindeutig nicht... Du wirst einen schönen Sonnenuntergang mit mir erleben. Naja. Kleine Anmerkungen zu nebenbei. Äh. 11, regrouped! Vor einigen Wochen haben wir mit der LAF, da war ich noch, das war noch zwei Rekrutenzeit. Da hat die LAF mich entführt, da habe ich als Einzelberge... Kannst du dir vorstellen, wo wir hinfahren? Ja. Lieber nicht. Ich erkläre es später. Aber ich habe eine Waagevermutung. Und die wäre? Das wissen wir beide ganz klar. Ich verspreche dir jetzt, es wird keine Geheimnisse mehr zwischen uns gehen. Ich werde immer für dich da sein. Ich werde immer an deiner Seite sein. Was habe ich denn schon großartig für Geheimnisse vor dir? Kannst du mir sagen, was da jetzt genau mit Black Ghost war? Nein. Er ist ein guter Kumpel, mehr nicht? Außerdem ist er ein Kollege und mit Kollegen fange ich grundsätzlich nichts an. 4. Rallye up. 10. Rallye up. Alter, Flum... Äh. Könntest du mal bitte fahren lernen? Muss dein Führerschein nochmal neu machen, ey. Ja, das ist ein guter Kumpel. Ich hoffe, meinem Kollegen geht's gut. Ich hoffe, meinem Kollegen geht's gut. Dem wird's gut gehen. Dem geht's bestimmt blenden. Das wird sich nicht gerade sehr überzeugend haben. Dem geht's ganz gut, nur der Fahrer von uns ist ein bisschen schüchtern und redet ein wenig. Bin zu profiter. Ja, ich brauche ein wenig gemacht. 12, zurück in Formation. 2, zurück in Formation. Ja, bitte. 2, zurück in Formation. 2, zurück in Itiner. Untertitelung des ZDF, 2020